Hallo, mein Name ist Gina von Talent Digital und ich stelle dir gerne eine unserer beliebten branchenspezifischen Online-Qualifizierungen vor. Unser Beispiel einer effektiven Branchenlösung ist aus der Veröffentlichung eines Leitfadens der IOPA entstanden. BeraterInnen in privaten Banken haben also nun die Aufgabe, ihre KundInnen zu Nachhaltigkeitspräferenzen abzufragen und diese dorthin gehen zu beraten. Herausfordernd hierbei ist jedoch nicht nur die beratenden, zupassenden, nachhaltigen Produkten zu schulen, sondern auch ihre Softskills, Haltung und das Wissen über unterschiedliche Arten von KundInnen weiterzuentwickeln. Wir haben diese Herausforderung angenommen und in einer Kooperation zusammen mit unserem Partner Fuchsrichter Akademie eine spezifische Lösung entwickelt. Diese vereint das Wissen über Produkte und Kenntnisse über unterschiedliche KundInnen-Typen sowie Fähigkeiten der Gesprächsführung und Empathie miteinander. Eine Episode dieser Staffel beinhaltet nicht nur spannende, alltagsnahe Decision-Consequence-Simulationen, die sich Storytelling zu eigen machen, sondern auch fachbezogene Lernvideos und ein anschließendes Assessment in Form von Single- und Multiple-Choice-Fragen. All dies wird on top mit zusätzlichen Lernmaterialien und weiterführenden Artikeln ergänzt. Unser personalisiertes Design und die interaktiven Elemente helfen jeder einzelne Nutzerin dabei, den Spaß am Lernen zu entdecken und die Qualifizierung mit Motivation abzuschließen. Gleichzeitig unterstützen unsere Datenanalysen in Echtzeit sowie unser Management-Cockpit beim Erkennen von Wissenslücken in Teams und Abteilungen sowie bei der optimalen Steuerung deiner Personalentwicklung. Unsere Methodik und Didaktik machen das Lernen effektiver und die Lernprozesse effizienter. Du bist interessiert an dieser Lösung oder möchtest ein Ko-Innovationsprojekt mit uns starten? Dann buche dir gerne einen Demo-Termin mit uns.